Moin Leute, herzlich willkommen zu den neuen Folge von der Funde der 5.1. Ich habe heute einen Tag, oh Gott, ich liebe, es ist alles gut, zusammen mit Jeremy Let's Play. Hallo. Tom Bay, ah nee, das war Dachlo. Moin Dachlo. Und Tom Bay wurde leider von Manuel in die Luft gesprengt. So meine Damen und Herren, wir haben am heutigen Tag, die Frage ist, was wollt ihr machen? Braucht Palette ein neues, geiles, super Auto oder eine Mission? Oder beides? Woher hast du das Geld? Nee, Neil, du weißt doch, das ist meine reiche Ex-Frau, mit der war ich zusammen, dann habe ich ihr schön das Geld abgezogen. Die da? Ja, sie ist? Nee, das ist, lass Sabine in Ruhe. Sabine? Ja, Sabine. Hallo Sabine, na, wie geht's dir? Nee, 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 die hat kein Geld mehr. Die ist, oh, sie stolpert. Lass meine Sabi in Ruhe. Oh Gott. Oh Gott, Sabi, pass auf. Alter Schwede, okay, ich guck mal, was Sabi mir hier heute ermöglicht. Gibt's ja mal, wann gibt's ja mal wieder neue Autos? Sabi, oder warum heißt sie so? Warte's? Weil sie Sabine heißt. Ah, Sabine, ah, Sabi. Hat der Typ nicht zugehört? Und dass sie fällt, guck mal, sie ist noch hier, sie fällt immer hin. Jetzt lass sie doch mal, jetzt lass sie doch mal in Ruhe. So, ich guck mal kurz hier. Bei San Andreas Supersport, Alter, gibt's doch immer, immer die Dinger, die man geil tunen kann, oder? Ja. Ein Auto. Das hat vier Räder. Echt? Hä? Was denn, Mängel? Ich bin jetzt gerade hier im Auto kaufen. Nein, bitte komm doch mal. Oh, ist das Reif innen drin? Was, 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 was ist denn, was soll ich denn gucken? Nicht, nicht, nein! Was denn? Erfolge sie, verfolge sie. Ich folge sie, Sabine. Ich hab Sabine die ganze Zeit weggetreten. Lass doch mal Sabine in Ruhe, die kann doch da nix für, dass du so ein Kranker bist. Zombie, lass sie in Ruhe. Ich folge hier nur. Da sehe ich sie. Hör auf. Mann, Leute. Ey, jetzt lass doch mal die Frau in Ruhe. Die lebt noch. So, nee, ich hol mir jetzt hier. Da, Southern San Andreas Super Auto. Nee, Quatsch. Das war doch hier von dem einen Typen. Ah, wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich mein. Oh, Alter ist nicht stark. Wir fliegen rum, Manu. Ah, Mann. Ah, ja, Bennys. Genau. Benni, 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 ja. Genau, bei Benni konnte man die Autos nämlich richtig geil tunen. So, den hab ich schon, den Trufado Nero. Gibt's nicht so einen Lowrider, wo ich so machen kann? Was ist denn? Ja, dass ich mich selber so hochschießen kann. Es kann ein paar. Das kann, glaube ich, der Bus kann das. Alter, hier, der Progen Italy GTB. Das ist, alter Schwede, der hat so einen Lüfter vorne. Serienfahrzeug? Alter, Tuning-Beispiel. Ich guck mal kurz. Ah, ja, hier. Ferrari 348 GDS. Ja, da kauf ich mir schön Ferrari. Ist gekauft. Bitte einmal mitnehmen. Ich hätte ihn ganz gerne natürlich in Rot. Ferrari ist einfach Rot. So, ähm, Basis am Lago Zancudo. Nein. Nein. Sabine, die Pu... Sag mal, du kannst doch sowas nicht schreiben. Du bist echt ein ganz... Ich hab sie nicht umgebracht, ne? Das war Zombie. Hä? Du bist 80 Mal gegen die Geraden. Okay. Ja, und dann... Eins gegen eins, Mängel. Komm. Mach uns beide mal platt. Mach uns... Warum denn? Ja, weil wir ein eins gegen eins jetzt gleich haben. Habt ihr nicht? Perfekt. Ja, wir brauchen volle HP. Okay, okay. Und dann müssen wir raus aus dem Club, oder was? Nee. Müssen wir? Ja, dann ist es einfacher, sich zu schlagen. Genau. Ach so. Ja, okay, aber dann ist man halt instant down, ne? Nö. Ich hab nur einen Gewinner. Ja, eben. Ja, gut, dann machen wir es halt so. Wenn du den Aim haben willst, dann komm her, du Flasche. So, steig ab. Nehme mich. Ja, aber was nehmen wir als Waffe? Fäuste. Unsere männlichen Fäuste. Ich hab trainiert. Zwei, eins, los! Ich hab ihn. Ja, er liegt fast. Er liegt fast. Ich spür's. Oh, 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 oh. Beide haben einen. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich schirr mal aufeinander zu, aber Paluten liegt vorbei. Oh Gott, oh, da passt jetzt ja die Fäuste. Nein, Hilfe. Ich kann nicht treffen. Hallo? Oh, Leute, haut euch doch nicht in die Lunge. Oh, da kam ein Treffer. Das war kein Haken. Das ist ja unentschieden. Oh, ja, ich hab den Eimer. Oh, wir werden angeschlossen. Kehr mal die Wohlen, bitte. Ey, warum denn? Nein. Jetzt, ich wurde getroffen. Das ist ein fairer Boxkampf. Ja, Mann, die Polizisten. Ich hab gewonnen. Oh Gott. Wir haben da eine Schlägerei vor der Polizeistation angefangen. Ach so. Ja, ja, das ist schlecht. Das wollen wir machen. Ich hab gewonnen, ne? Ich muss ganz kurz. Ich muss ganz kurz hier wohnen, Maudardo. Ja, ihr habt gewonnen. Ich muss mal ganz kurz hier in den Laden. Ich brauch mehr Geld. So. Epa. Was watching me, Alter? Hier. Watching me. Ne? Waren wir los. Los, komm. Hier, schneller. Sollst du sowieso nicht den Leuten Alkohol verkaufen. Ist ungesund. Und hier, die kippen wir auch. Hier, ich mach' ich alles kaputt. Ich dachte, das wär gesund. Jetzt gibt mir schön, schön... Nee. Wie sieht Maudardo eigentlich... Oh. Oh Gott. Alter, schicke Boots. Und raus jetzt hier. Oh Gott. Hallo, Leute, wo seid ihr? Was hast du getan? Alle tot. So, der wollte reingucken in den Laden und nicht mal gerade dabei raus zu gehen. Achso, der hat wieder seinen Motorrad. Ich bin direkt einfach nur... Naja, das gibt mir die Möglichkeit hier mal mein Auto. Mechaniker, komm. Gib mir mal meinen tollen neuen Ferrari. Mechaniker? Ah ja, hier. Basis am Lago Sancudo. Den Italy GTB, bitte. Ja, bringe ich rüber. Finde ich gut. Ah, hier ist auch wieder viel... Viel Polizei scheinbar. Viel Polizei in Los Santos. So. Da ist mein... Mein Ferrari. Ei, 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 ei. Ich hole auch was. Von hinten sieht er gar nicht so lecker aus. Ah, von vorne ist schon... Boah. Ja. Sound... Soundmäßig ist... Ist in Ordnung. Oh, ist das ein geiler Wagen. Da geht, glaube ich, gleich noch mehr. So, wo wohnt er denn nochmal? Ist das hier Los Santos Customs? Wo ist er denn, der... Der komische? Weiß das jemand? Nee. Warte, ich komme zu dir. Bist du das? Los Santos Customs? Ja. Ich höre einfach nur Bumm. Ah, da, da, da muss er sein. Ja, perfekt. Mann, jetzt lass mich in Ruhe. Komm mal. Ja, schön. Du hast... Duller Wagen, ne? Duller... Nee, ist nicht so geil wie meiner, Alter. Ist kein Ferrari. Besser als jeder Ferrari. Nee. Wir werden... Wir werden... Wie immer wird es den ultimativen Test geben. Wenn meiner erst mal getunt ist. Die Beschleunigung ist jetzt schon ganz geil. Ja, du bist so schnell... Ja, ja, eben. Da kannst du einfach nicht mithalten. Wenn ich erst mal meinen Smart wiederhole. Größte Fehlinvestition nach meinem komischen Mini. Ich fand den toll. Der war super. Hallo, Manuel. Mit dem Rest? Hallo? Sag mal, wir sind doch auch Menschen. Ja, ich will doch nur begrüßt werden. Eben. So, komm jetzt hier rein. Hä? Hallo? Hallo? Ah. So. Tschüss. Ja. So, Herr Benny. Hier bei der Luxus-Ding. Hier, bitte einmal Fahrzeug reparieren. So. Aufrüsten, Benny. Motorworks. Ja. Oh. Für 500.000? Ja, okay. Hey. Aber da geht doch jetzt noch mehr. So, wir brauchen jetzt bessere Panzerung. Bremsen wie immer, Renn, Bremsen, Stoßstange. Oh, ja. Oh, Alter. Brauchen wir auch schon. Obwohl das... Ich habe doch diesen... Ja, genau. Eine Rennstoßstange, Alter. Mit zwei dicken fetten PC-Lüftern. Die hat Monte doch auch in seinem Ding, Alter. Das leuchtet. Extreme Stoßstange? Nee. Weil ich nehme schon die beiden Lüfter hier vorne. Heckstoßstange? Ja, ja. Der Diffusor ist in Ordnung. So, Motor. Motor-Abstimmung. Gibt es natürlich das krasseste. Sehr gut. Auspuff. Oh, ja. Der ist lecker. Ja, doch. Doch, 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 doch. Rundpass. Sprengstoff braucht niemand. Kottflügel. Motorhaube. Motorhaube-Zubehör. Was ist das? Alles voller Bomben, Leute. Was sind das denn für kleine Nibbels hier da? Nee, davon brauche ich keine Motorhaube. Ich fand das geil mit dem anderen, wo man in den Motor reingucken konnte. Aber das sieht auch schon böse aus. Innenraum. Armaturenbrett. Oh, ja. Hier. Zack. Instrumente. Ja, brauche ich auch. Die ganzen... Brauche ich alles. Türen. Äh... Ja, so einen schönen Orangen. Oh, nee. In Carbon. Dann sind wir leichter. Sitze natürlich auch. Tuning-Sitze. Überroll-Käfig. Brauche ich. Extrem wichtig. Ich bin ja schnell unterwegs. So, Lichter. Scheinwerfer. Bam. Neon-Farbe. Ja, blau. Design. Ei, 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 ei. Da rum hier schon so ein Race-Ding. Ja, hier. Zack, Alter. Ich sehe zwar überhaupt nichts von dem Auto. Ach so, stimmt. Ich kann das ja aus... Oh, gut. Ich sehe... Der Wagen sieht aus wie ein Bonbon. Ja, komm raus. Ja, warte, warte. Ich mache... Dach muss ich noch kurz. Oh, ja. Dach mit Carbon-Streiben. Seitenverkleidung. Ich bin sofort da, Jungs, ne? Ja, ich brauche... Ich mache hier noch einen Spoiler. Oh, ja. Alter, Schwede. Das ist eine Theke. Aber die ist zu dick. Ich finde den hier... Der ist, glaube ich, so noch passend. Getriebe, Renn, Turbo. Oh, ja. Oh, der wird lecker schmecker. Reifen... Reifen passen eigentlich so. Ganz ehrlich. Felgentyp. Oh, obwohl Bennys Originals... Äh... Äh... Oh, ja. Sowas. Perfekt. Reifen brauchen wir natürlich. Schon sicher. So, ich bin fertig, Jungs. Ich komme hier mit meinem neuen bunten Ferrari. Komme ich jetzt raus. Okay. Fuck. Hallo. Oh, da bist du ja. Hallo. Komm, lass uns ein Rennen machen. Ja, ich habe ein paar Probleme hier. Oh, ist der cool. Ja, danke. Äh, Zomitze, zersäge ihn. Nein. Warte mal, wo können wir denn am besten... Ich gucke mal. Ich kann den Manu zersägen. Nein, nein, wir müssen doch ein Wettrennen machen. So, aua. Können wir nicht hier direkt? Ja, okay. Hier ist eine lange Gerade. Okay. Dann sage ich 3, 2, 1, los. Tschüss. Ich finde es gut, wie man da noch herkommt gerade. Hallo. Zack, Alter. Da zieht... Oh, ja. Was ist das denn? Hier ist so ein anderer komischer. Ja, ich habe mich gewinnen. Das zählt. Ich bin in die U-Bahn gefahren, Manu. Ich bin da. Oh, oh. Ich bin da. Ich habe gewonnen. Nee, 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 nee. Komm, wir müssen mal... Komm mal mit auf die Autobahn oder so. Rematch. Genau. Du hast mich ja gedreht. Aber das war ja im Versehen. Ansonsten hättest du, glaube ich, nämlich verloren. Boah, ey. Der Wagen geht gut ab. Ich glaube, ich hätte ihn aber rot lassen sollen. Das muss ich nochmal ändern. Weil so ein Ferrari, der einfach nur rot ist, sieht eigentlich schon immer am geilsten aus. So, wir müssen jetzt hier einmal irgendwie runter. Ja, hier links. Hilfe. Hast du noch Polizei? Ja. Okay, kein Problem. Hier einmal, ja. Hier rechts. Ah. So. Okay. Drei. Zwei. Eins. Los! Ja. Oh, guck mal, wie er davonzieht. Die Beschleunigung. Bam, Junge. Aber? Aber Maxspeed wird auch wahrscheinlich entscheidend sein. Ich bin schneller. Echt? Ja. Oh, ja, ja. Stimmt. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ja, aber die Frage ist, wer ist der bessere Fahrer? Ja, ich. Ja. Die Bullen. Ja, was denn? Unfall. Und da kommt Palette, Alter, mit seinem neuen Ferrari. Der zieht die einfach voll. Oh, ne. Oh, ne. Ich, ne. Bring ihn um. Das sehe ich alles. Ich werde mich einfach hinter ihm postieren. Oh, Gott. Okay. Ich höre hier immer nur die Reifenknappern an. Oh, was ist das denn? Da hast du gerade deinen Turbo gezündet. Hm. Wo ist denn mein Turbo? Ja. Äh, F. F-3. Ehehe. Okay. So, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play Zombeer und Maudano vorbei. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.